Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir gehen jetzt zu unserem Ziel. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Es gibt auch verschiedene Orte, die man noch entdecken kann. Aber dafür muss ich halt auch erstmal etwas tun. Und das ist nämlich in der stillen Ebene. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Und dort wird es nicht hin. Das Arschleiß nicht. Infidels! Mann, diese Leute nicht immer mit Nerven! Man muss更 schlafen, hier ist es. Sie werden dich in den Namen von Yevon eingeschätzt. Blah, blah, blah. Ja, so die Leute... Wenn sie einen wollen, dann den sie einen. Ersidenten, wie wir sie verbringen. Stop. Captain? Frau Yuna ist nicht zu verhindern. Sie ist kein Traitor. Das ist ein Verbrecher von Albed. Was? Meister Maika hat mir gesagt. Dann, was müssen wir tun? Stuhnung, wie sie sagt. Was war das Verbrecher, Albed? Ich bin wirklich nicht. All Yevon scheint zu sein, dass sie in einem Zustand der Verbrecher. Vorher haben sie mich aus dem Blüten und gemacht mich als Kapitän des Gordes. Unser Verbrecher. Ja, das Chaos in den Tempeln ist schlimmer als ich erwähnt habe. Es ist schrecklich. Und alles, was die Priester machen, ist zu schützen. Wir haben uns gegenseitig. Ich schrecklich, was von Yevon wird. Aber nein! Ich muss die Rock, die gegen die Türen schlägt. Genau? Frau Yuna, ich muss sagen, dass dein Geist ist eine große Inspiration für mich. Ja, das ist großartig. Aber wir kamen hier, um Maester Maika zu sehen. Ist er hier? Ja, ich werde einen Publikum machen. Ja, das ist großartig. Hey! Hey! Wait! Was war das mit dem Albed-Lyingen? Simple. Yuna hat sich nur Maika zu sein. Oh... Okay. Aber was er denkt, dass er mit ihm kann weggehen? Und er hat sich mit ihm gewöhnen. Ja, das ist... Warum bist du hier? Du musst gehen und schreiten Sin, schnell! Du hast den Eion finalen von Unaleska bekommen, nicht? Welch, wir haben ihn gewöhnt? Wir haben sie gewöhnt und ernten. Was? Stimmen als Geist oder Frauen werden nicht mehr gesprungen für den letzten Geist? mehr. Sie haben und verabschiedet eine 1,000 Jahre altes Tradition. Fools! Infants! Sie wissen, was Sie haben getan? Sie haben die einzige Möglichkeit für die Schmerzen. Hey, vielleicht ist das nicht die einzige Weg. Wir denken, dass wir eine andere haben. Warum? Nein. Prefosserus, there is no other way. The Grand Maester running away. Spira hat es nur die Hoffnung. Destruction ist inevitable. Sie, Yevans, Spiral of Death will consume uns all. Ich habe keine Hoffnung zu sehen, Spira zu sterben. Es wird nicht sterben. Wer ist dieser Yuh Yevans? Frau Yunaleska auch hat ihn erwähnt. Wait, Gramps! Wer ist Yuh Yevans? Er, der sich die souls des Todes in ungewöhnliche Armour ist. Ein Armour von Sinnen. In dem Yuh Yevans ist Invincible. Ich bin die einzige, der sich die Armour verletzt hat. Sie haben ihn verletzt. Nichts kann es nicht verletzen. Nichts kann es nicht. Sie haben ihn verletzt. Sie haben ihn verletzt. Sie haben ihn verletzt. Wo ist der Grand Maester? Er... Er... Er ist nicht hier. Wie lange müssen wir warten? Sie haben ihn verletzt. Das ist wunderschön. Ich gehe nach dem Erlangen. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Oh, er... Er... Niemand. Ich muss nachdenken, die Fäte. Hm. Ich verstehe. Sie sind. Ich begrüße dich für Aean. Wie geht's überhaupt nicht? Du schon hast einen Weg, um Strühe zuEN? Das Lied der Astra. Ich weiß, dass es eine lange Zeit ist, aber wir müssen versuchen, wenn es eine Chance gibt. Ja, du musst. Ich bin froh, dass du das machst. Du hast eine gute Sprache, wirklich. Ich bin nicht nur ein Traum, richtig? Ein Traum? Es ist eine lange Geschichte. Wenn es funktioniert, was du dann machst? Du brauchst mehr als er. Also? Also? Wir kämpfen Yuh Yevon. Ja. Wenn du dich Yuh Yevon verletzt, wird es enden. Sag mir, was du wissen von Yuh Yevon? Er ist das, was macht Sinn zurück. Er ist das, was er. Er schützt ihn. Er schützt ihn. Yuh Yevon war damals ein Traum. Er war ein Traum. Er war keine Ahnung. Er ist jetzt nur ein Traum. Er ist nur ein Traum. Er ist nicht gut oder schuldig. Er ist awake, aber er träumt. Aber vielleicht nicht für immer. Ja. Ja. Das ist richtig. Weil wir es enden. Ja. 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 Wir werden Sinnen schrauben. Wir sehen uns ein wenig, okay? Du schraubst etwas. Ich bin nicht. Wirklich? Du bist ein schlechtes Lied, du kennst. Ich bin... Ich bin Angst, dass der Grand Maester nicht woanders ist. Es ist okay, wir sind einfach weg. Oh, ich verstehe. Hey! Vielleicht kannst du uns mit dem Himm helfen? Hey, eine gute Idee! Es ist so... Wir brauchen, dass du so viele Menschen sagen kannst. Was soll ich ihnen erzählen? Ein Schiff in der Skye singt den Hymn der Heilung. Wenn sie das hören wollen, wir brauchen alle, dass sie singen. Alle, in Spira! Ich bin nicht sicher, dass ich verstehe. Du musst nicht. Nur sagen alle! Ein Schiff in der Skye singt den Hymn der Heilung? So... Wenn sie das hören wollen, alle müssen singen, richtig? Wenn sie das hören wollen, dann können wir die Schiff in der Heilung. Wirklich? Ja. Das ist großartig. Du kannst mich beten, ich werde sagen, dass ich alle von Spira erzähle. Ja, ne, eben nicht. Genau, und dort bei Sin ist das Finale, glaube ich. Natürlich machen wir das noch nicht, weil wir haben natürlich noch einiges zu tun. Man kann natürlich verschiedene Orte finden. Ähm, an einen Ort werden wir jetzt gehen. Doch, um, bevor wir zu den anderen Orten gehen, werde ich erst noch was davor machen. Ähm, wir gehen auf, nicht Passwort, sondern hier suchen. Genau. Das jetzt habe ich ein Screenshot gebracht, wo dieser Ort ist. Dieser Ort wird einem bestimmt bekannt vorkommen. Ähm... Jetzt muss ich... Das ist ja... Das ist echt gar nicht mal so einfach, weil du musst halt wirklich... genau... Das sieht... echt einfacher aus, als es eigentlich ist. Ui! Ah! Hilfe! Hilfe! Der Yavin Temple war, wurde entdeckt. Die Liste der Zielorte wurde erweitert. Oh Gott, das kann ja was werden. Ja! Hier geht's! Na, kommt euch bekannt vor. Für die, äh... Für die Leute, wo es nicht bekannt vorkommt, das ist der Anfang. Nach Sanerkind. Hier gibt's einmal ein Tempel, wo man eine Bestia finden kann. Nur dafür muss man, äh, die ganzen Destruction Spears, also quasi bei jedem Tempel in der Prüfung quasi, äh, alles gemacht haben. Nur, ich hab wirklich versucht, nochmal in die Tempel zurückzukommen. Es geht nicht. Das heißt, wir können es leider nicht machen, aber hier kann man trotzdem noch eine Waffe finden für Orin, womit man keine Encounter mehr bekommt. Was ziemlich gut ist, das ist irgendwie diese Waffe. Nur, kann's natürlich sein, dass wir diese Waffe nicht direkt bekommen. Das ist natürlich das Doofe. Jetzt muss ich grad erst mal schauen, wie wir überhaupt ins Wasser reinkommen. Ach doch, es war hier hinten. Oder? So, ja stimmt, hier konnte man ja... weiter... oder bin ich jetzt grad überhaupt richtig? Ist natürlich jetzt ne gute Frage. Na, zumindest sind hier keine Encounter. so... Ach so... Jetzt lassen wir aber erst mal grad die Ausrüstung angucken von unseren drei Leuten, die schwimmen können. Der nächste Schlag bringt ja nix, das ist ja Schwachsinn. wassup? wassup? something hier? Ich hab schon mal getrunken von einem Fiend hier! Payback Time! Ich verstehe das Bild. Okay, jetzt gehen wir! Ich verstehe das Bild. Okay, jetzt geht's! Ach, hier müssen wir Henrik her. Oh, Waka ist ja verdammt schlecht. Oh Gott. 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 Das war ja nix. Zack, du Scheiße. Äh, was passiert da? Ähm. Hä? Hallo? Das ist jetzt schlecht. Äh. What the fuck? Da werde ich mein Zieles damit schauen. Das ist echt schwer. Ich bin es dann raus. Wow. Nee, der lässt ja nicht. Also er hat ihn noch rausgelassen. Oh Gott. Äh, das ist tatsächlich ein Infanter. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das hab ich mir wahrscheinlich gedacht, dass es das macht. War irgendwie offensichtlich, wenn der Angriff Todeschlag heißt. Oh nein. Finde ich. Fuck. Was mach ich denn jetzt? Jetzt wird's richtig schlimm. Also jetzt wird's wirklich richtig schlimm. Eigentlich müsste Blut doch gut sein, wenn der so gegen was... Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Hä? Extras? Der bringt mich doch um, oder? Jetzt, jetzt sterbe ich doch, oder nicht? Doch. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Jesus. Ich glaube, hier hat er in der... Wieso hat Walker fast keinen Schaden gemacht? Der war doch normalerweise voll gut. Hat er zufälligerweise einen Nässe-Schlag. Das würde mich jetzt mal interessieren. Der Nässe-Schlag bringt natürlich nix. Nee, der hat nur Angriff drinne. Aber er hat sogar seine Ekstase, ne? Ja, das ist, äh... Bisschen doof jetzt gerade. Haben wir irgendwie... Ähm... Irgendwas, was vor Ding schützt? Stein? Müssen wir doch euch haben. Was? Dann nicht bei ihm, oder? Giftschutz, Blindschutz, aber kein Steinschutz. Dein Ernst? Ach, das ist doch lächerlich. Auf ein neues. Oh ne, labert jetzt wieder. Ja. Ja. Was ist denn? Ich habe fast gegessen. Payback. Ich bekomme das Bild. Gott, ey, der ist aber gar nicht mal so einfach. Hä? Hä? Hallo? Nein! Was machst du denn? Oh, ich habe... Ich drücke Viereck. Ich muss Kreis drücken. Ich... Ups. Gott, ey. Du kannst da Blitzbisschen. Ja, komm, ernsthaft? Okay, gut. Ach, du kannst mich selber beim Arsch decken. Ich habe nicht irgendwas. Blitzkugel, doch. Blitzkugel, doch. Blitzkugel, doch. Oh ja. Das ist ganz schön gut. Einzigste Problem ist halt, ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ja, aber gut, dann kann ich auch eigentlich genauso gut auch hier Blitz-Eich benutzen, weil es macht der auch tausend, oder? Ja, fast zumindest. Hör auf damit jetzt! Dann... Mein Blitz ist das Wasser, das ist richtig... Genau. Ich habe das Beste bekommen, echt. Das macht wahrscheinlich gar keinen Schaden. Boah, what? Wasser ist gut gegen den? Warte mal, kann es vielleicht wirklich sein, dass Nässe schlag gut gegen den ist? Das ist echt eine Verarsche. Wie zum Teufel ist Nässe schlag gut? Der ist im Wasser. Okay. Muss ich mal ausprobieren, wenn ich jetzt vielleicht gegen O.A.G. Das lässt er wieder raus. Macht er halt uns allen Schaden. Jetzt müssen wir jetzt gucken, dass ich halt mich dann mega... So viel Schaden? Das ist doch ein Witz. So macht er so viel Schaden? Alter! Ja, lieber Rico. Hör auf damit! Hör auf damit! Wieso lebst du noch? Oh, warte, hat er gerade versucht, Dinge anzusaugen? Was? Ja, ah, Heidrich war in gesaugt, ne? Der macht nicht fertig, der Typ! Was? Er macht es direkt, weil ich mich in die Arsch... Ich habe das nicht mal angehört. Wow! Leck mich hart am Arsch! Jetzt macht er wieder den Teil. Ach, er darf nochmal angreifen! Nochmal! Ach, ich dachte jetzt, das darf ich nicht mehr angreifen, wenn er nichts eingegrippen hat. Wenn Yuna im Wasser wärt, das wäre so gut, ne? Das war's. Das ist das Ende. Also, ich benutze natürlich jetzt eine Mega-X-Potion oder so. Warte, ihn kann ich jetzt hier zum Zacken machen. Ach, aber dafür hat nur Tidys Schaden bekommen. Ach, aber dafür hat nur Tidys Schaden bekommen. Oh, ich bin jetzt hier zum Zacken machen. Oh, ich bin jetzt hier zum Zacken. So, ich bin jetzt hier zum Zacken. So, ich bin jetzt hier zum Zacken. So, ein Miststück. Das ist dem echt egal, ob ich so einen Rapid-Schlag mache. Das ist dem alles egal. War's das? Wenn ich jetzt nicht die Waffe bekomme, bin ich am Arsch. Dann muss ich es nämlich nochmal machen. Das ist doch nicht der Kack. Oh, das ist aber genauso gut. Ich muss irgendwas gucken. Mach das ja weg. Das ist genauso gut. Warte mal. Das war für Yuna jetzt. Ach, warte, ich muss an Land jetzt schwimmen. Das ist genauso gut. Das ist halt nicht Oran, aber das ist halt Yuna. Das ist nämlich genau... Weil dann bekomme ich keine Encounter mehr. Das habe ich da schon gesagt, aber das hat ja nochmal. Ja. Das es natürlich alles viel einfacher macht, auch einfach durchzulaufen mal an verschiedenen Orten. Aber warte, gibt es hier vielleicht noch was im Wasser? Egal. Wir sehen uns auch hier beim nächsten Part von Final Fantasy X, wo wir in den Kamlands anfangen werden. Oder was machen werden. Also dann sehen wir uns da beim nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.